hallo und herzlich willkommen hier zurück bei doom die welt retter universums retter was auch immer wir sein wollen stampfen hier durch diesen lecker jellyby schleim so noch mal level abgeholt oder was heißt level ab aber ja naja ihr wisst es ja scheiß so aktivieren sie damit um den weg frei zu machen den mech aktiviert was habe ich da jetzt aufgenommen gerade naja gut okay wir werden es erfahren hat das hier ist der der mech ach du einige okay so ich glaube hier haben wir alles weiter geht's nicht lang schnacken koppeln nacken okay da könnte so ein strahl dann machen wahrscheinlich wie kann ich das aktivieren hier okay wir brauchen den kern also sowieso okay und weg damit geil ich will auch so ein ding steuern darüber okay hier können wir noch einen schönen kodex schnell wie sie ja zieht so auf einen dämon oder seinen schwachen solltest du die präzisions bolzen mod der schweren kanone okay ja aber wie kann ich denn jetzt ich kann ja nicht ich muss gerne mal gucken wie ich auf das gewähr wechseln kann das nervt ja übelst wenn ich hier habe ich hier eben ruhe okay war natürlich das waffenrad naja ist ja auch egal da ging jetzt aber schnell da also solange es kein cool down ist so ja gehen wir mal rein hier was geht ab ich komme auf machen bitte wie komme ich da wieder okay 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 dann darüber darüber ja so easy natürlich darüber klar alles klar und aktivieren ist mir unsere freunde herzlich willkommen okay das sind sehr sehr große türen das sind sehr sehr große türen ich glaube dafür brauchen wir viel öl um die damit die so schön laufen ist halt krass okay das ist halt schon krass mal eben gucken da unten ist einer von denen könnten wir auf safe basis genau so wer hat er gerade auf mich geschossen ist hier sonst noch jemand naja scheiße so ok sind wir nicht doof leute wir sind doch einfach nicht doof was wollen die denn von uns wer oh mein ja nix ferner griff ja kannst du nicht mehr kannst du nicht so schaffe ich das ja sehr schön okay wer ist er erst mal angerannt hier so dann kriegst du den erst mal rein und dann kriegst du den noch mal rein jawohl in oh mein gott ja so du kriegst den rein ihr seid eigentlich eigentlich easy lecker lecker augenschmaus okay du lebst ja noch warum lebst du noch wer ist da wer ist da jawohl oh nein ich habe keine muni hä 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 I o ok ja wir holen uns nun Mainz keine sorge ich hab' ja wir können gleich mein freund zack Und dich holen wir auch noch, jawoll. Moin, hier liegt auch gleich wieder Muni rum. Okay, den können wir so vielleicht holen. Komm schon, komm schon. In your Auge. In your Auge. Was labert der? Ja, wieviel kommt denn? Wir brauchen erstmal den. Ein bisschen lang, jawoll. Dann müssen wir einmal mit der Kettensäge arbeiten. Ja. Ey, haut doch nicht ab von mir, was ist denn? Und tschüss. Oh, das ist so gut. Wer möchte Beef? Räckiges Scheißteil. So. Schmutz, weg mit dir. Okay. Wo kann man denn noch her? Sauber. Jetzt erstmal gucken, was können wir noch looten. Okay, es ist schon, es ist sehr nice. Oh fuck, 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 fuck. Ja, komm. Aufgeschissen. Okay. Hier ist noch ein bisschen Rüstung, die nehmen wir mit. Äh, hier ist noch Muni, die nehmen wir auch mit. Ist hier noch irgendwo ein... Was ist das? Achso. Medipack. Okay. Hier ist doch bestimmt irgendwo noch ein Secret. Wir können mal eben auf die Karte gucken. Äh, nö. Wie es aussieht nicht. Da oben ist irgendwie was. Das haben wir doch aber, glaube ich, ne? Äh, ja, gehen wir einfach weiter. Okay. Zack. So, Leute. Äh. Das war wieder knapp. Ja, wie, wie, wie viele denn jetzt? Du wirst sterben. Mit deinem eigenen Arm. Hä? Haha, was zappelt der denn so? Was ist mit ihm? So. Du auch? Ja. Einer bleibt verschont. Okay. Da hinten ist, äh, auch ganz toll. So. Okay. Weiter geht's. What? Hol dir einen Dasherboost, um deine Dasheranzeige vollständig aufzufüllen. Anschließend kannst du erneut daschen. Haha. Okay. Geil. Ist doch geil. So. Wir müssen da rüber, ne? Okay. Ja, hier gibt es wieder so einen schönen Energiekern. Den nehmen wir mit. Hallöchen. Kleine Maus. Oh no. Wer möchte was? Das Viech ist so ätzend. Die Granate lädt halt auch so übelst langsam auf. Übelst nervig. Äh, von hier. Von hier kommen wir, ne? Oder? Ja doch. Geil. Ja, 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 ja. Leute. Alles gut. Keine Sorge. Ja. Haha. Warst ein Vollidiot. Oh. Fast vergessen zu springen. Ja, nice. Hoch, 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 hoch. Und rüber. Alles klar. So rüber. Okay. Da, 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 da. Hm? Ich höre Geräusche. Ich höre jemanden mit mir reden. Hallo? Ist da wer? Ein bisschen Muni. Es könnte sein, dass wir also die Waffe brauchen, wenn wir schon wieder so viel Muni dafür kriegen. Okay, wir kriegen generell sehr viel Muni. Hahaha. Ja. Das ist lang gemacht. Können wir den hier ein bisschen besteigen? Seht gut achten. Oh. Oh. Nice. Damit. So was müssen wir tun? Ja. Alles explodiert. Geil. Da oben noch. Ja. Wir haben es. Äh. Also. Ja. I don't know. Komische Aufgaben. Also. Kommen wir wieder. Hier. Okay. Ganz komische Aufgaben. So. Jetzt stechen wir mal das Ding hier ins Herz. Wir nutzen. Rein damit. Oh. Okay. Nice. Leute. Bevor wir reingehen, beende ich die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen.